Schlagerstar Beatrice Egli, 33, verärgert ihre Fans. Die DSDS-Gewinnerin von 2013 hat kurzfristig zwei Konzerte in der Schweiz abgesagt. Zu den Gründen ist nichts Näheres bekannt. Auffällig ist nur, dass Florian Silbereisen an genau diesen Tagen eine neue Schlagershow im Ersten präsentieren wird. Die Schlagersängerin, die schon mehrmals in den Schoße von Florian Silbereisen gewesen ist, scheint sich auch dieses Mal wieder Zeit für ihn zu nehmen. Ihr wurde gesagt, sie solle abnehmen. 2013, im Alter von 24 Jahren, gewann Beatrice Egli die Castingshow der DSDS. Doch beinahe wäre es gar nicht erst dazugekommen, denn ihr wurde damals geraten, abzunehmen und ins Solarium zu gehen. Schlager könne sie auch nicht singen. Die selbstbewusste Schweizerin verweigerte ihre weitere Teilnahme an der Show. Der musikalische Leiter rief sie damals an und machte ihr Mut. Sie soll die Kritik einfach überhören. Heute ist Beatrice selbstbewusster denn je und zeigt das auch. iento5- bzw. 400-135- ruth